Yo Leute, willkommen zu einem kleinen, was ich eigentlich schon länger nicht mehr bringen wollte, nennen wir es React, Versuchsprojekt, habe ich damals schon für Finding Paradise gemacht und ich dachte mir so, auf meinem Kanal kommt demnächst ein neues Projekt und ich möchte schon ein kleines bisschen im Vorfeld etwas da zu sehen. Und zwar geht es um das, was ihr hier gerade eingeblendet seht und zwar möchte ich mir den Trailer, den Enthüllungstrailer für Life is Strange 2 anschauen, dazu sei gesagt ein kleines bisschen bin ich informiert und ja, ich würde sagen, lasst uns reinschauen, mal gucken, ob ich gut vorhanden kann. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Es fühlt sich wie wir gehen, wo wir nicht mehr gehen. Ich glaube, Daniel verstehe was, was ist passiert. Ich kann es ihm nicht sagen, ich kann es ihm jetzt sagen. Ja gut, ich muss dazu sagen, ich bin schon informiert gewesen, dass es um zwei Brüder geht, die wohl irgendein Verbrechen gemacht haben, aber was heißt Verbrechen? Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, ob die wirklich ein Verbrechen gemacht haben oder ob denen ein Verbrechen angehangen wird oder so. Keine Ahnung, aber ich muss schon mal sagen, der Zeichenstil selber, der gefällt mir schon mal sehr gut. Wie soll ich mich ausziehen, wenn ich hier ausfügt bin? Wie soll ich uns ausfügt sind? Auf, auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Auf, auf! Don't move! Oh, fu- Soll das heißen, die sind einfach nur ungewollt da reingerutscht? Und sind jetzt irgendwie... Was? Okay, das kapiere ich jetzt gerade nicht so ganz. Was wir schon in dem Trailer nicht gezeigt haben ist, wird es wieder rauflaufen, dass irgendjemand irgendeine mystische Kraft hat, wie halt damals Max? Wenn ja, wer? Ich weiß, dass da wohl eventuell was besprochen wurde, aber... Äh, ja, also, keine Ahnung, aber wie gesagt, die, äh... Das hier scheint eine sehr interessante Story zu sein. Jetzt stellt sich mir die Frage... Bewegen? Äh, die zu... Äh, äh... Na gut, äh... An sich möchte ich sagen, ich freue mich echt sehr auf dieses Spiel. Ich muss so geben, ich weiß noch nicht genau, wann ich dazu komme, es aufzunehmen. Somit, wann der erste... Das erste Video dazu kommt. Aber... Ich bin sehr gespannt, wie es wird, weil... Es stellt mir sich dann doch ein bisschen mehr Fragen, als dass sie beantwortet werden. Aber gut... Äh, ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, ähm... Was ihr hiervon haltet, geschweige denn, werdet ihr Life is Strange 2 spielen? Habt ihr eigentlich den ersten, wie auch das Prequel gespielt, oder nicht? Und... Ja, genau, alles dazu in die Kommentare. Und ich würde sagen, Leute, das war's mit diesem kleinen React-Video. Ich bin nicht der beste React, da möchte ich gleich dazu sagen. Lasst den kleinen Bewertenden da, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao.